Das französische Traditionsunternehmen Robert Julia hat mit dem Aledin 330LF seinen zweiten auf LEDs und der 300er Serie basierenden Scheinwerfer auf den Markt gebracht. In der optisch ansprechenden Hülle steckt hinter einer 200 mm Fresnel-Dünse ein 85 Watt Leuchtmittel mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Der 9 kg leichte Scheinwerfer hat einen variablen Abstrahlwinkel von 20 bis sage und schreibe 98 Grad, was ihn gegenüber vergleichbaren Modellen hervorhebt. Aufgrund der LED-Technik entsteht keine Hitze und die geringe Geräuschentwicklung ist vor allem für den Einsatz im Theater vorteilig. Die geringe Leistungsaufnahme von nur 105 Watt, die längeren Wartungsintervalle und die deutlich erhöhte Filterstandzeit schon den Geldbeutel. Während des Dimms bietet er eine konstante Farbtemperatur, die in den Varianten 3500 und 5800 Grad Kelvin erhältlich ist. Er ist flickerfrei, also kameratauglich und ermöglicht den Einsatz von Standardtorblenden. Robert Julia vereint mit dem Aledin 330LF alle Features eines LED-Fixtures und bietet die unterschiedlichsten Verwendungsmöglichkeiten. Egal ob für Events oder Architekturbeleuchtung, im Theater oder beim TV. Somit besteht er den Media Academy Praxistest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017